Bringen Sie mir Feigelein! 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 Ich melde, der Führer ist tot. Das war ein Befehl! Der andere Stein, das war ein Befehl! Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Was soll das heißen? Sie können Feigelein nicht finden! Dann suchen Sie ihn eben! Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen! Das waren exakt seine Worte! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt! Ich will Feigelein sehen! Zerwart! Ich bin ein Befehl! Ich bin ein Befehl! Ich bin ein Befehl! Ich bin ein Befehl!